Ich würde jetzt da hinten in das Waldstückchen reinlaufen, denn da ist aktuell eine Bärlauchblüte. Heute ist klarer Himmel. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen durch die Bäume so einen Blendenstern hinbekomme und drunter im Vordergrund der Bärlauch. Ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Sonne, die setze ich jetzt mal so ins rechte Drittel. Jetzt habe ich hier schön im Vordergrund die Blumen oder den Bärlauch, den blühenden Bärlauch schön im Vordergrund. Ihr seht das schon im Video. Es gibt einen richtig schönen Blendenstern. Ja, man. Geilo. Guckt euch mal den geilen Blendenstern an.